Na, wenn das nicht für Gesprächsstoff sorgt. Shirin David provoziert gerne und lässt es auch jeden wissen. Erst neulich gab es eine Verleihung, wo viele Promis vor Ort waren. Auch Shirin war dort und hat sich besonders schick angezogen. Nun sorgt ein Video für viel Aufsehen. Denn auf der Tanzfläche twerkt sie, was das Zeug hält. Was ihr offensichtlich sehr viel Spaß macht. Die beliebte YouTuberin hat Millionen von Abonnenten und ihre Fans lieben sie für ihre direkte Art. Hier gibt es ein Video von Shirin. Das war das Video über Shirin David. Findet ihr es schlimm, dass Shirin David öffentlich twerkt? Was haltet ihr generell von Shirin David? Nun ist eure Antwort gefragt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.